Musik Ob ich selber schon mal einen Antrag gemacht habe? Ja, ich habe selber schon mal einen Heiratsantrag gemacht. Hast du? Habe ich, ja. Ich habe meiner Ex-Freundin damals einen Antrag gemacht und der wurde leider abgelehnt. Ich bin verheiratet, somit habe ich wohl auch einen Antrag bekommen und diese Geschichte ist positiv verlaufen. Ich bin inzwischen schon zwölfeinhalb Jahre verheiratet, immer noch sehr glücklich und sehr verliebt. Also ich kann das nur empfehlen. Ja, mein Mann hat mich gefragt, Gott sei Dank. Ich muss also nicht Nein sagen und ich habe vor drei Jahren geheiratet und das war ganz klassisch. Nein, das habe ich noch nicht gemacht, aber kann ja kommen, ne?